Tobias ist auch sieben Jahre alt, seit vier, fünf Jahren im Tier ein. Das arme Tier weiß gar nicht mehr, wie schön es ist, ein Hähnchen zu haben. Sehr, sehr aktiv, rennt sehr schnell und möchte immer spielen. Ja, ja, ist gut. Hi, gleich hier. Ja, ist gut. Ja, weiß ich nicht. Ist gut. Ja, weiß ich nicht. Hi. Ja.